Der Fachverband Medienproduktion und Werk 2 kooperieren. Die ursprünglich geplanten Einzelevents der Print- und Digitalkonvention mit dem Namen Multi-Channel Publishing und die Relevanz des Digitaldrucks und die Werk 2-Veranstaltung der 10. Print Day mit dem Namen Move Beyond Digital werden an einem Termin zusammengelegt. Am 12. und 13. Oktober in diesem Jahr treffen wir uns in Duisburg. Unsere Kooperation setzt Zeichen, ganz speziell in Zeiten der Corona-Krise. Wir bringen für das Thema 360-Grad-Kommunikation die Marketing- und Publishing-Industrie zusammen. Wir zeigen, was geht, wir klären auf, wir schaffen Grundlagen für neues Denken und ermöglichen den Weitblick für Business Engineering mit erfolgreicher Kommunikation. Von unserer Seite natürlich mit dem Fokus kommend aus dem Bereich der Print-Kommunikation. Neben Trends und Handlungsanweisungen zeigen wir den notwendigen Handlungsbedarf im Multi-Channel Publishing auf. Wir erklären, was Programmatic Print ist. Wir erklären, wie längst etablierte Online-Marketing-Mechanismen auch in andere Medienkanäle überführt werden können. Und wir zeigen auf, dass multisensorisches Marketing entlang der Customer Journey mehr als nur eine Daseinsberechtigung hat. In Summe müssen wir den Print-Kanal nicht neu erfinden. Wir müssen uns nur der Stärken von Print in Kombination mit allen weiteren relevanten Medienkanälen bewusst werden. Getreu nach dem Motto, gemeinsam sind wir stark, gemeinsam gestalten wir die Zukunft, freuen wir uns auf Sie. Vielen Dank.